So, damit sind wir bei der letzten Aufgabe, nämlich bringe einen Datenextraktor am Heck eines Luftschiffes ein. Welches Luftschiff habe ich genommen? Ihr seht schon, hier an der Hauptbasis, ich zeige es mal auf der Minimap, genau hier. Ihr seht es, links von der Map. Dann gehen wir hier an den Hintern und dann einmal, zack! Das war's. Runterschaffst selbst, ja. Mit Sterben, ne? So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Geht einfach hier hinten an den Hintern, genau da. Ihr könnt euch einfach hier unten ab... Warte mal, wie habe ich es nochmal gemacht? Wo ist es? Von hier unten habe ich mich halt hier hochgeschossen, bin aber erstmal hochgegangen, weil ich wusste, hier oben ist ein Gegner. Dann bin ich nochmal hier runtergegangen und dann halt, wie gesagt, hier hinten an den Hintern und dann könnt ihr die Aufgabe ganz entspannt abgeben. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. In dem Sinne würde ich mich natürlich gerne über ein Like freuen, beziehungsweise ich freue mich über ein Like. Wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne sehen wir uns auch schon bei den nächsten Aufgaben und haut rein!